Diener des Geistes 2. Korinther 3, Verse 5 und 6 Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern, dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das neue Wesen, von dem hier die Rede ist, ist das Wesen des unsichtbaren Geistes, also des von neuem geborenen, christusgläubigen Menschen, Johannes 3, 3. Dieser Mensch ist der eigentliche Mensch, denn Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben können. 1. Korinther 15, 50 Das alte Wesen ist der fleischliche Mensch nach dem Wesen des Buchstabens Römer 7, 6 und somit der Teil des Menschen, der im Reich Gottes keine Rolle spielen kann, weil er ein Sünder ist. Was aus sich selbst existiert und daran festhält, kann nicht von Gott sein. Und wer das aber so glaubt, der hat letztlich auch nichts gemeinsam mit Gott. Ignoranz, Ablehnung und Verdrängung ist quasi der Scheidebrief zwischen Gott und den ungläubigen Menschen. Gott will das nicht, aber er erlaubt es um unserer Herzenshertigkeit willen. Matthäus 19, 8 So wie auch in einer irdischen Ehe, wenn einer dem anderen untreu wird und die Ehe bricht. Nur kann man niemals als Grund sagen, dass es zwischen Gott und einem einzelnen Menschen nicht geklappt hat, weil man zu verschieden ist. Das wird nicht passieren. Gottes Liebe und Gnade findet zu jedem Menschen einen wunderbaren Zugang, wenn man nur will und aufrichtig nach der Wahrheit sucht und Gott einem diese Wahrheit dann auch offenbart. Gott hat keine andere Wahl. Das Gericht muss kommen. Darum ist es ihm auch dringlich, dass wir optimal darauf vorbereitet sind und erst gar nicht in das Gericht kommen. Johannes 3, 16 Wir lesen in der Bibel Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, 30 und 31 Was Gott durch den Propheten Amos zu Israel sagte, gilt auch für jeden Menschen, auch heute. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel, suchet mich, so werdet ihr lieben. Amos 5, 4 Entweder man dient Gott, Glauben ist auch ein Dienst, oder man dient sich selbst, Unglaube ist auch eine Tat. Der neue Bund kann nur auf einem Wege Wirklichkeit für einen Menschen werden, durch die Vergebung seiner Sünden, durch das Blut Jesu Christi, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. In 1. Korinther 11, 25 lesen wir entsprechend Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus dringt, zu meinem Gedächtnis. Also hier wird auch ganz klar darauf hingewiesen, dass die Erlösung der neue Bund, die Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu Christi geschieht. Und das ist die Wahrheit. Man kann nur ein Diener des Geistes sein, wenn man im Fleisch gestorben ist. 1. Petrus 3, 18 Das hat Jesus für uns stellvertretend und vollkommen ein für allemal getan, indem er sich selbst hingegeben hat als ein sündloses Opferlamm Gottes zur Vergebung der Sünden. In Johannes 1, 29 lesen wir Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wie gehen wir nun als erlöste Menschen damit um, mit dieser geistlichen Tatsache und Wahrheit, dass wir Christen sind, erlöst sind, aber sozusagen noch im Fleisch in dieser Welt leben, in dieser Gesellschaft und mit Sünde nach wie vor zu tun haben, obwohl wir uns der Sünde für gestorben halten dürfen. Wie gehen wir nun damit um, was ist in der Praxis richtig und was ist falsch? Der Apostel Paulus war von den Galatern zeitweise sehr genervt und entsetzt, weil sie so unverständig waren in geistlicher Hinsicht. Er schrieb und war wohl nicht gerade begeistert, als er in Galater 3, 1 bis 5 folgendes schreiben musste. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut erst durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? In seinem Bibelkommentar zum Eingangstext schreibt William MacDonald folgendes. Hier bestreitet Paulus nun wieder, dass er selbst irgendwie tüchtig wäre und er durch diese Tüchtigkeit in der Lage wäre, sich selbst als Apostel Jesu Christi zu bezeichnen. Die Kraft für seinen Dienst erhielt er nicht von innen, sondern von oben. Der Apostel wollte nicht selbst das Lob einheimsen. Er erkannte, dass er nichts ausgerichtet hätte, hätte nicht Gott selbst ihn für den Dienst ausgerüstet. Nachdem er seine eigene Autorisierung und seine Qualifikation für den Dienst besprochen hat, gibt er nun ausführlich Rechenschaft über den Dienst selbst. In den folgenden Versen vergleicht er den alten Bund, das Gesetz, mit dem neuen Bund, dem Evangelium. Es liegt ein wichtiger Grund vor, der ihn jetzt dazu führt. Diejenigen, die ihn kritisierten, versuchten Judentum und Christentum zu vermischen. Sie wollten Gesetz und Gnade zusammenfügen. Sie lehrten andere Gläubige, dass sie bestimmte Teile des mosaischen Gesetzes halten müssten, damit sie wirklich von Gott angenommen würden. Und deshalb bezeugt der Apostel hier die Überlegenheit des neuen Bundes über den alten. Er leitet seine Bemerkung ein, indem er sagt, dass Gott ihn als Diener des neuen Bundes befähigt hat. Ein Bund ist natürlich ein Versprechen, ein Vertrag oder ein Testament. Der alte Bund war das Gesetzessystem, das Gott dem Mose offenbart hatte. Unter dem Gesetz war der Segen vom Gehorsam abhängig. Der Bund war ein Bund der Werke. Es handelte sich um einen Vertrag zwischen Gott und Mensch, dass, wenn der Mensch seinen Teil erfüllte, Gott auch den Seinen erfüllen würde. Doch weil dieser Bund vom Menschen abhing, konnte er keine Gerechtigkeit hervorbringen. Der neue Bund ist das Evangelium. Unter dem Evangelium vereinbart Gott, dass er den Menschen aus Gnade mittels des Geschenkes der Erlösung in Jesus Christus segnet. Alles unter dem neuen Bund hängt von Gott ab und nicht vom Menschen. Deshalb ist der neue Bund in der Lage zu erreichen, was der alte niemals hätte erreichen können. Paulus zeigt nun mehrere scharfe Kontraste zwischen Gesetz und Evangelium auf. Er beginnt hier in Vers 6, in dem er sagt, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Die meisten Ausleger deuten diese Worte so, dass, wenn man einfach die äußeren, wörtlich verstandenen Worte der Schrift nimmt und den Buchstaben zu gehorchen sucht, ohne zu versuchen, dem Gesamtgeist des Abschnittes zu gehorchen, dass er Schaden als Nutzen bringt. Die Pharisäer waren ein Beispiel dafür. Sie waren äußerst genau in der Einhaltung des Zehnten, doch sie waren anderen Menschen gegenüber unbarmherzig und lieblos. Matthäus 23, 23 Dies ist zwar eine richtige Anwendung des Abschnittes, nicht jedoch die Interpretation. In Vers 6 bezieht sich das Wort Buchstaben auf das Gesetz des Mose und das Wort Geist auf das Evangelium von der Gnade Gottes. Wenn Paulus sagt, dass der Buchstabe tötet, dann spricht er von der Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz verurteilt alle, die seinem heiligen Anspruch nicht gerecht werden können. Durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 3, 20 Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Galater 3, 10 Gott hat das Gesetz nie als Mittel bestimmt, durch das ein Mensch das Leben erhalten könnte. Es soll Sünden Erkenntnis herbeiführen. Der neue Bund wird hier Geist genannt. Er steht für die geistliche Erfüllung der Vorbilder und Schatten des alten Bundes. Was das Gesetz verlangte, aber selbst nicht hervorbringen konnte, wird nun durch das Evangelium erreicht. J.M. Davis fasst zusammen. Dieser Dienst des Buchstabens, der tötet, zeigt sich in den 2300, die am Sinai getötet wurden, bei der Einsetzung des alten Bundes und der Dienst des Geistes, des Lebensspenders, zeigt sich in den 3000, die am Pfingsttag errettet worden sind. Soweit. Wir müssen, sollten, als neugeborene Gläubige, als Christen aus unseren Glaubensfehlern lernen. Ich bin überzeugt, auch die Unverständigen Galater haben es gelernt und wurden dann verständig. Vielleicht können wir manchmal froh sein, keinen leibhaftigen Paulus mehr zu haben, der uns mit der geistlichen Keule einen über die Rübe haut. Aber nötig hätten wir es wohl. Womöglich brauchen wir ihn sogar. Und es ist gut, wenn es solche Leute auch heute noch gibt, die im Geist des Paulus auch andere Lehren korrigieren und ihnen die Augen öffnen und ihnen auch von ihrer Unmöglichkeit des Glaubens erzählen, wenn sie nicht dem Evangelium gehorchen und mehr dem Gesetz zugeneigt sind. Wir bräuchten heute so einen Paulus. Ich glaube, irgendwie haben wir ihn ja doch. Nämlich durch die Bibel, durch das aufgeschriebene Wort und das ist wunderbar. Auch wenn wir manchmal etwas von dem, was da steht, auch auf uns selber übertragen müssen. Wir sollten sogar dankbar sein, wenn wir korrigiert, ermahnt und aufgerüttelt werden. Gott meint es unendlich gut mit uns. Er selbst dient uns mit seinem Heiligen Geist und will uns in alle Wahrheit führen. Nicht zuletzt auch in die Wahrheit unseres eigenen Glaubens, Lebens und unseres geistlichen Verständnisses. Und dazu brauchen wir einander und auch das Wort Gottes und die Gemeinschaft untereinander. Paulus schrieb den Thessalonichern, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. 1. Thessalonicher 5, 9-11 In diesem Sinne, Gott segne euch reichlich und sei mit euch. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!